Fassen wir das alles nochmal kurz zusammen. Aussagen oder Buhlsche Ausdrücke sind Sätze, Ausdrücke mit einem Wahrheitswert. True oder False, wahr oder falsch. Es gibt Buhlsche Operatoren wie die Negation, die Konjunktion und die Disjunktion, mit deren Hilfe sich Aussagen zu neuen, komplexeren Aussagen verknüpfen lassen. Wobei die Äquivalenz von Aussagen über Wahrheitsdapeln bewiesen werden kann oder durch sogenannte Äquivalenzumformung.